Hallo meine Lieben, ich hoffe euch geht's gut, ja? Ja, heute habe ich eine Frage, und zwar, ob ihr eventuell auch so ein Vogelhäuschen in eurem Garten installiert habt. Ich meine, viele machen dies, damit die Vögel gut über den Winter kommen. Wie sieht's bei euch aus? Das würde mich mal wirklich sehr interessieren. Okay, bis dann, tschüss! Okay, bis dann.